Willkommen zu einem kurzen Tutorial, wie man in Google-Tabellen den Spearman-Korrelationskoeffizient mitsamt Signifikanz berechnet. Kurz zur Einordnung, der Korrelationskoeffizient nach Spearman misst das Ausmaß eines Zusammenhangs zwischen zwei mindestens ordinal skalierten Variablen. Genau diese beiden Variablen stehen hier in Spalte B und C, nämlich einmal Stufe und einmal Punkte. Punkte ist metrisch, Stufe ordinal und das möchte ich mit Spearman jetzt hier korrelieren. Dazu muss ich zunächst Ränge vergeben. Wir sehen hier unten schon die relativ komplexe Berechnung dessen. Allerdings kann man das auch runterbrechen. Also wir brauchen im Endeffekt nur Ränge. Also diese Ausprägungen hier müssen in Ränge überführt werden und dann rechne ich mit diesen Rängen. Das heißt, ich bilde Abweichungen, quadrierte Abweichungen, multipliziere gewisse Dinge miteinander und bilde dann hier einen Quotienten. Das Ganze ist aber relativ einfach. Wir machen das Schritt für Schritt. Zuallererst vergeben wir für die beiden Variablen hier in Spalten B und C jeweils einfach nur Ränge. Das heißt, wir machen aus diesen Werten hier einfach nur Ränge. Und das Ganze machen wir mit der Rangpunktmittelw-Funktion. Es gibt auch die Rangpunktgleich-Funktion. Das würde aber voraussetzen, dass hier Werte eben nicht doppelt vorkommen. Wenn wir hier schauen, die Ausprägung 12, die kommt zum Beispiel hier in Fall Nummer 6 und in Fall Nummer 16 vor. Dadurch, dass das nur ein sehr kleines Sample ist, kann es eben auch sein, dass das nicht der Fall ist. Aber wenn man mit Rangpunktmittelw arbeitet, dann fängt man eben die Doppelung oder mehrfach vorkommenden Ausprägungen ab. Also Empfehlungen an der Stelle immer mit Rangpunktmittelw rechnen. Und hier würde man jetzt für jede Zeile für die Stufe, die Ausprägung der Stufe, den Rang ermitteln. Das heißt, das ist das, was ich umrechnen möchte. Und meine Referenz, auf das sich das Ganze bezieht, ist ja offensichtlich der ganze Datensatz innerhalb dieser Spalte, also aller Ausprägungen, die man beobachtet hat. Wichtig, ich möchte das jetzt gleich mit der Autofüll-Funktion nach unten ausfüllen. Dazu muss ich allerdings hier nochmal die Referenzspalte markieren und dann die F4-Taste drücken. Dann werden die fixiert. Das sieht man daran, dass hier so ein Dollarzeichen vor und nach dem jeweiligen Buchstaben, also der Spalte ist. Und dann gilt das Ganze als fixiert. Das heißt, ich kann es jetzt hier anpacken, wenn dieses Plus kommt und kann es bis nach unten durchziehen. Das Ganze mache ich für die andere Variable nach demselben Prinzip, aber im Schnelldurchlauf, weil das wie gesagt das Gleiche ist. Und jetzt sehen wir, dass wir hier bei der Verwendung der Rangpunktmittelw-Funktion eben auch Komma-Werte haben. Das heißt, die Ausprägung 171 kommt mehrfach vor, das heißt 10. und 11. Rang, also wird für beide der Mittelwert gebildet, 10,5. Und jetzt brauchen wir nur noch einen Mittelwert, das heißt den mittleren Rang. Das machen wir über die Spalte und da wird von Google-Tabellen schon vorgeschlagen, welche Werte wir nehmen. Das sind natürlich Mittelwerte D2 bis D17 und das brauchen wir auch für die zweite Variable. Und da sehen wir, dass die mittlere Abweichung jeweils 8,5 ist. Und jetzt muss ich lediglich, um die Abweichung zu berechnen, diesen Wert hier vorne nehmen und den Wert davon abziehen. Also ist gleich und dann nehme ich den Wert und ziehe davon die mittlere Abweichung ab. Und jetzt schlägt mir Google schon vor, dass ich diese Tabelle eben mit dieser Autofüll-Funktion ausfüllen kann. Das ist an der Stelle richtig, das mache ich. Das Einzige, was unten falsch ist, ist diese Funktion hier, also die letzte. Und das wären jetzt sozusagen die Abweichungen. Und die Abweichungen, die Summe dessen, muss natürlich 0 sein. Sehen wir hier unten auch, die Summe der Abweichungen ist 0. Das Ganze natürlich nochmal für die zweite Variable, also hier auch das gleiche in grün. Und jetzt muss ich lediglich diese Abweichung, die ich hier berechnet habe, für x und y einfach quadrieren. Also mit sich selbst multiplizieren oder hoch 2 nehmen. Hoch 2, also dieses kleine Dächlein, was neben der 1 auf der Tastatur ist. Ich blende es auch nochmal ein und dann die 2. Das wäre die Quadratfunktion. Kann man bis ganz nach unten ziehen. Und dasselbe nochmal für die y-Variable. Und jetzt haben wir eigentlich schon fast alles geschafft. Wir haben die Abweichungen an sich. Wir haben die quadrierten Abweichungen, aber wir brauchen ja hier nochmal die Summe aus den Abweichungen x und y. Also diese beiden miteinander multipliziert muss ich aufsummieren. Das heißt, ich muss einfach nur das Produkt zwischen der und der Variable bilden für alle Beobachtungen, also für alle Fälle. Und darüber die Summe bilden. Das mache ich mit ist gleich Summe. Und das wäre jetzt der Zähler, das Orangene. Ich färbe es mal ein, dass man es etwas besser erkennen kann. Das wäre das Orangene, was man an der Stelle hier einsetzen würde. Also das heißt, hier könnte ich diese 180 einsetzen. Das ist also gleich der Wert. Und jetzt brauche ich nur noch die Wurzel aus der Summe der quadrierten Abweichung von x mal der Wurzel der Summe der quadrierten Abweichung von y. Also was ist hier gefordert? Wir brauchen hier eine Summe. Das ist das, was zuerst hier auszufüllen ist. Und die Summe sind die quadrierten Abweichungen. Ich summiere also die quadrierten Abweichungen. Das ist dieser Term hier. Und daraus muss ich nochmal die Wurzel ziehen. Das heißt, hier oben draus die Wurzel. Und das wäre dann 18. Und diese beiden Funktionen kann ich einfach hier nach drüben ziehen. Und dann bekomme ich hier dieselben Werte. Ich kann auch nochmal kontrollieren. Also aus der Spalte i wird jetzt die quadrierten Abweichungen summiert und daraus die Wurzel gezogen. Das ist hier an der Stelle identisch. Das heißt, ich kann jetzt einfach den Nenner bestimmen, wenn ich diese beiden Werte hier, ich färbe sie mal grün ein, miteinander multipliziere. Das heißt, ist gleich das mal dem. Und das wären jetzt Zähler und Nenner. Und die kann ich jetzt einfach durcheinander dividieren. Also Zähler durch den Nenner. Und dann hätte ich jetzt hier einen Spearman-Korrelationskoeffizient von 0,531 gerundet. Habe ich hier auch mal rüber getragen. Und das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist die Signifikanz der Korrelation. Ganz kurz. Ich habe das Ganze natürlich auch mal mit SPSS gerechnet. Und da sehen wir hier 0,531. Das ist das, wo wir quasi jetzt stehen. Den Korrelationskoeffizient haben wir bestimmt. Allerdings brauchen wir noch die Signifikanz. Und da müssten wir auf 0,03432 kommen. Und um das zu tun, gibt es hier diese kleine Formel. Da arbeiten wir mit der T-Verteilung. Und aus der T-Verteilung in Verbindung mit den Freiheitsgraden ermittle ich den P-Wert. Jetzt muss ich aber natürlich erstmal diesen T-Wert berechnen. Und den T-Wert berechne ich aus, ich habe es auch mal versucht einzufärben, Blau, den Korrelationskoeffizienten, Lila, das N, die Anzahl der Beobachtungen. Also das N. Was ist das N? Wenn man es weiß, kann man es natürlich direkt eintragen. Ich tue jetzt einfach mal so, als wenn ich es nicht wüsste. Ich berechne jetzt die Anzahl. Und dann würde ich hier einfach die Beobachtungen markieren, die ich habe. Das müssten dann 16 sein. Und siehe da, wir kommen da auf 16. Jetzt habe ich im Prinzip schon alles, was ich brauche, um diesen Term hier auszurechnen. Das heißt, ist gleich. Und als allererstes mal Klammer auf. Ich multipliziere den Korrelationskoeffizienten mit der Wurzel. Und zwar kommt in die Wurzel, sehen wir jetzt, N minus 2. Also 16 minus 2. Klammer zu, Klammer zu. Das ist jetzt der Zähler in diesem Term. Und das Ganze teile ich jetzt nochmal durch die Wurzel von 1 minus und jetzt nochmal den Spearman quadriert. Klammer zu. Und das ergibt mir jetzt 2,3445. Und jetzt brauche ich noch die Freiheitsgrade. Die Freiheitsgrade sind bei der Korrelation immer die Anzahl der Beobachtungen. Hier oben das N minus 2. Das heißt auch hier wieder ist gleich das minus 2. Und das sind 14. Eigentlich genau das, was hier steht in diesem Wurzelterm. Und jetzt habe ich alles, was ich brauche, um den p-Wert mit der t-Verteilung abzulesen. Und zwar gehe ich da jetzt hier in dieses gelbe Feld und sage ist gleich t.dist. Also tdist steht für Distribution der t-Verteilung, also t-Verteilung. Und da gibt es hier linksseitig studentisch, zweiseitig studentisch und rechtsseitig. Standardmäßig, und das ist auch das, was wir hier oben sehen, wird die Signifikanz zweiseitig ermittelt. Das heißt, wir nehmen tdist.2t. 2t steht für Two-Tail, also zweiseitig. Und hier sehen wir schon, wir müssen jetzt folgendes eintragen. Zum einen x. x ist unser t-Wert, also diese 2,3445. Und die Freiheitsgrade haben wir eben auch gesehen. Freiheitsgrade, das ist diese 14 hier. Klammer zu. Enter. Und da sehen wir jetzt, wir haben einen p-Wert. von 0,034320. Genau das, was uns SPSS ausgegeben hat. Somit können wir also mit Google-Tabellen auch den Korrelationskoeffizienten nach Spearman berechnen und auch noch zusätzlich dessen Signifikanz mit ausgeben lassen.